hallo und willkommen zur nächsten folge star wars battlefront classic weil ich einfach nicht weiß wie kann ich die angreifen weil das so weitergefrüßt ist als player abbrechen weil ich weiß nicht wie ich das machen soll wenn es nicht geht dann geht es nicht werfen kann er gefühlt auch nicht das witzige sage ich sterbe ja auch gar nicht mal so oft sind ja die anderen die hier ständig sterben das war in den anderen runden ein bisschen anders ich hole mir jetzt erstmal das teil hier aufrufst du doch immer her weg hau mir ab oder edk verpiss dich einfach schlimmer satz edk ist in dem spiel da muss ich wirklich mit sehr sehr vielen truppen angreifen bäms hast du nicht gesehen ne diese großen vier sind so eklig jetzt wollte ich ein sniper das wäre ein bisschen besser von hier oben bäms so gehen die drüben die kasse wenn sie keine schilde haben und so schön easy weil so jetzt wie hier zum beispiel die drüben geschützt ist keine gute idee jetzt ist der mich gar nicht ich halte mich auf jeden fall mal hoch so bisher läuft sogar noch relativ in ordnung da ist die position doch wie gar nicht mal so schlecht weil hier sparen die an der nähe die sparen hier mal da drin so schon mal nachladen kann ja nicht schaden also hier oben ist es ganz in ordnung ich habe aber noch nicht so viel druidikas die schwersten gegner weil ich einfach nicht weiß man die besiegt wenn ihr es wisst schreibt es bitte mal in die kommentare das würde mich echt mal interessiert ob es schießt auf unsere einen leute das ist sehr schlecht darauf schießen keine munition mehr können sie bitte mal nachladen so zack weg mit dir hier oben ist gerade immer gar nichts mehr los meister die heilung kann ich gebrauchen ich hoffe dass sie nicht gleich verschwindet wenn ich da bin er kann ich jetzt gar nicht mehr schießen oder was ich kann nicht mehr schließen ich habe keine munition mehr scheiße was mache ich jetzt ja toll das würde ich jetzt eigentlich auch nicht hat er wieder sein schild angeschaltet bloß er nichts dagegen tun kann versuchen wir was anderes boah der ding kann ja nicht mal tiefer zielen den kann ja überhaupt nicht zielen die waffen sind einfach nur scheiße die kanonen oder ich verstehe nicht wie man sie bedient so schon geht es wieder bergab mit uns weil wir die ganzen duedikas hier auftauchen und wieder alle von uns weghauen und kein mensch weiß wie man sie besiegt selbst dieses komische ding hilft nicht da sieht man ja von was wurde ich jetzt bitte getroffen habe ich jetzt ein bisschen munition ja endlich jetzt geh endlich drauf du kack droide was hält der denn aus heute verteilt denn der kack droide aus das ist doch nur ein droide so was mit einem schuss weg sein was halten die keinen pups aus schon geht der stand nämlich wieder in die andere richtung also wenn ich jetzt noch mal verkacke dann muss ich aufhören dann muss ich irgendwie mal im internet nachschauen wie man das hier macht ja wir sehen es wir sind schon wieder fast am limit wenigen scheiß verkackt droide kas ich habe alles zerstört die droide kas ich glaube nämlich ohne die droide kas hätten wir den kampf hier schon dreimal gewonnen das auch wieder ein droide kas kann doch nicht wahr sein ich weiß nicht wie man die droide kas besiegt das sagt mir das spiel ja auch überhaupt nicht und das fehlt mir persönlich auch so ein bisschen irgendwie so hinweise irgendwie sagt mein droide kas zu besiegen musste so und so was machen das wäre ja nicht zu viel verlangt besonders für jüngere spieler zum beispiel auch die überhaupt nicht wissen was sie machen sollen ich überlege damals bei lego spielen wollen wirklich jeder scheiß erklärt wurde und hier dem spiel wird dann nicht mehr erklärt mein droide kas besiegt ich habe noch mal den steuerungsoptionen nachgeschaut habe ich auch nichts gefunden vielleicht können das auch wieder nur ganz bestimmte mit ganz bestimmten fähigkeiten ja das könnten sie mir dann ruhig auch mal sagen so wie es in dem hier droide kas kann ich angreifen das ist munitionsverschwendung so wie das schon mal nach genau das sport ist einfach von meiner nase ist richtig so wie seine typische kombination des gegners so ich probiere es mal wieder mit einem anderen jetzt sieht man hier gar kein gegner hier sieht man kein gegner sieht und trotzdem von uns extrem viele drauf gehen wieso muss man denn immer so so lahm laufen in wieso konnte nicht schneller sein die stolz ich ja richtig komisch was sind die ganzen droiden denn nach dahinten sind die schon wieder hingefallen natürlich da auf der anderen seite wo ich nicht hinkommen der ist ja noch beschissen jetzt zu steuern ich keine ahnung was ich machen soll ich kann jetzt nur hier mit den schweren waffen ankommen aber das ist auch dumm der kommt gar keine munition fast macht auch noch so wenig schaden wahrscheinlich der einzige der droide kas besiegen könnte vielleicht noch versuch's einfach mal nö was der kann auch druck keine droide kas besiegen wie bitte ich dachte zumindest die raketenwaffen können die droide kas durchdringen aber nö selbst die können das nicht von wo und noch welche da hinten irgendwo drin wo sich das gegner jetzt alle hin irgendwo da drin sollen welche sein schwecken von uns welche drauf wofür eigentlich gar nichts machen irgendwo da soll noch einer sein aber ich sehe hier überhaupt gar keiner auf der karte mehr außer nur noch den einen einzigen da das war's doch noch schon wo sind denn die restlichen fünf gegner die wir noch brauchen die finden wahrscheinlich selber gestorben weil ich die gegner einfach nicht sehe geht das noch 23 bitte keine droide kas bitte keine droide kas die superkampf drogen okay das geht ja noch einigermaßen kommt noch ein ein einzigen noch wo es wird schaffen wir das nicht schaffen dann ist es wirklich wieder sowas von typisch ist da irgendwas wo ist die ganze wo sind die letzte ja wir haben es geschafft endlich ja wir haben es geschafft ja endlich ich habe zu erwähnen dass dass die klöns das wird nicht eine 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 du sagst master obiwahn nicht eine eine die schröde von der darkseid hat hat Begun The Clone War has Okay, ich habe gerade beim Internet nachgelesen Duinenker sind anscheinend wirklich nur zu zerstören, wenn man extrem lange auf sie draufballert und extrem viel Munition verschwendet Also sie sind wirklich extrem schwer zu besiegen und extrem unfair Angriff auf Kamino haben wir jetzt Die Separatisten haben einen Angriff auf die Kamino-Klonenrichtung gestartet Verteigen sie die Klonenrichtung um jeden Preis, setzen sie die neuen Jet-Truppeneinheiten ein Alles klar, starten wir das ganz normal Ich weiß gar nicht, wo jetzt diese Sequenz herkommt Hier scheint die ganz normale Kamino-Sequenz aus Episode 2 zu sein Ja, muss nicht unbedingt Okay, Kamino ist da unten irgendwo Er hat es jetzt gerade mal wieder aufgehangen bei mir Bei euch müsste es noch weiter laufen, aber mir hängt es nicht immer jetzt an der Stelle auf, genau So, ich versuche mal wieder auf den Raketentruppen zu gehen, der hat mir gerade gut gefallen Auch wenn er nur eine sehr begrenzte Anzahl Munition hat Deswegen wechsle ich erstmal auf die Blaster hier Kamino sieht auf jeden Fall sehr geil hier aus Auch wenn ich wahrscheinlich jetzt schon verlaufen habe Kann man da rein? Nein, also durch geschlossene Türen kann man nicht durch Draußen regnet es auf jeden Fall, wie es wahrscheinlich immer so ist Ich weiß gar nicht, ob es auf Kamino überhaupt Situationen gibt, wo es nicht regnet Diese komischen Punkte da, die kann man doch irgendwie einnehmen, oder nicht? Die hier Also ich muss eine längere Zeit hier stehen, dann kann ich das einnehmen Hä? Wo kam das denn jetzt her? Okay, das war jetzt mal wieder sehr geil von mir Aber ich sehe gerade, wir haben deutlich mehr Punkte als die Gegner Das könnten wir zu unserem Vorteil benutzen Vielleicht sollte ich auch öfter wirklich mal die Raketen einsetzen Boah, dass man hier nicht schneller laufen kann Also ich finde echt keine Schatz zum Sprinten Vielleicht habe ich es auch einfach übersehen, das kann natürlich auch sein Aber wo, E oder so? Ne, funktioniert alles nicht Ich versuche ich gerade mal was Soll ich es zweimal abschießen, ist er tot, okay Oder kaputt, besser gesagt Tod ist mal so ein komisches Wort für Droiden Boah, was ist denn das? Wo kommt denn das alles her? Die Waffe ist halt auch nicht die beste hier, diese Standardwaffe Aber ich kann ja leider nicht alles bei mir tragen Das wäre schön, wenn ich einfach ständig wechseln könnte Wie damals in Republic Commando Boah, ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge mitgeschnitten hatte Oder in dem letzten Kampf Ich werde immer die Kämpfe, die ich verkacke Werde ich den ersten immer reinschneiden Und den Rest schneide ich dann eben raus Weil es einfach unnötig ist, fünfmal den gleichen Kampf zu zeigen Okay, ich verhilfe es einfach von hier Boah, die Waffe macht ja wirklich kaum Schaden Oh, das war ja ein super Wurf Ungefähr so, wie wenn ich im Sport einen Ball werfe Die sich bewegen, das ist so ekelhaft Weil man einfach nicht einschätzen kann, wo die sich hinbewegen Da sieht man auch, ich wäre kein guter Schütze Sowas wie Kalkulieren irgendwie mit Schüssen und sowas Alles, das kann ich überhaupt nicht Und wenn die Truppen auch wieder so reinrennen da Dann soll ich da schon wieder unseren Lieblingsgegner kommen Hier soll ich vielleicht auch wirklich auf die Gegner zielen Was, das hat nicht getroffen? Man muss wirklich sehr, sehr genau zielen anscheinend Die Waffe trifft er wirklich überhaupt nicht Ich glaube, ich versuche mal einen anderen Punkt Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme hier nicht so ganz weiter Die Waffe hat so viele Gegner hier Was, echt so, die Waffe macht irgendwie kaum Schaden Die Standardwaffe hier Das ist auch noch so extrem lahm hier Oh, jetzt habe ich gar keine Schüsse mehr Ah ne, vier habe ich noch Versuchen wir noch irgendwie noch ein bisschen was zu reißen Jetzt habe ich noch zwei Man muss wirklich ganz genau treffen, sonst wird das nicht gezählt Das ist extrem komisch gemacht Normalerweise reicht es ja, wenn man in die Nähe schießt Bei dem Spiel aber offensichtlich nicht Hier muss man wirklich genau treffen Dass das gezählt wird als Treffer auch Das muss hier so ewig lang hier rauslaufen Bisher führen wird zwar noch, aber das kann sich schnell ändern Besonders, weil wir auch am Anfang mehr Punkte hatten Ich habe das Gefühl, dass die Plattform auch nicht so ganz die richtige ist Die wir angreifen sollten Einfach zu viele Gegner sind Ja, völlig überrannt da Und die Scheißwaffe eben hat auch überhaupt keine Munition Sonst macht die überhaupt kein Damage Oh, du Edeka, nicht Oh, du Edeka, nicht Oh, die müssen sich bewegen Oh, du Edeka Oh, du Edeka Ekelhaft Gehen wir mal wieder auf den Normalen vielleicht mal Irgendwie mag ich die Waffe lieber Sind du Edeka, Endhaft Wie oft muss ich jetzt drauf schießen Irgendwann geht der Schild wirklich mal aus, okay Aber es dauert wirklich ewig Bis der Schild ausgeht Ja, also mit der Waffe machen wir schon deutlich mehr Schaden Aber die ist halt nicht so gut, ne Oder halt, man hat irgendwann halt Positionsmangel Und muss auch deutlich öfter schießen So Aktuell stehe ich jetzt aber noch vorne Aber das kann sich schnell noch ändern So, das war jetzt mal so ewig lang dort rausgelaufen ist Ich muss aber versuchen einen anderen Punkt mal hinzunehmen Den einen Punkt habe ich auf jeden Fall schon mal verloren Was steht denn der hier so mit einem Gang rum Ach du Scheiße Ach, wie die so weglaufen, das ist Edcent Nein, ich will die andere Taste drücken So, 61 Da wirst du wirklich so schießen, als wenn sie genau in die Laufbahn rein schießen Aber das kann ich nicht Jetzt muss am besten, wenn sie entweder stehen bleiben oder zu mir hinlaufen Dann auch jetzt so So Okay, also nachladen, so jetzt Den noch weghauen Die Kanone ist auf jeden Fall Geschichte Aktuell läuft sogar noch gar nicht mal so schlecht Komm, komm, den kriegen wir Schade Ich hab' nicht mehr ganz gesehen für Lebenspunkte, die ich noch hatte So, schnell wieder rein Ah, ich spawn' diesmal hier Ja Ich weiß nicht, ich hab' gar keine Gegner Wahrscheinlich sind sie da hinten irgendwo noch Schon mit M kann ich ja die Karte öffnen Ah, und da sehe ich auch, wo die Gegner sind Ach so Ah, ich trotte, ich hab' das bisher gar nicht gesehen, dass man das auch sehen kann, wo die Gegner sind Ja, trotzdem muss man auch mal die Brücke finden Der Fall scheint nicht ganz in der Mitte zu sein, habe ich so das Gefühl Hä, ne Dort Karte lauf' ich nämlich grad neben der Brücke Hätte ich auf Geonotus auch ja auch mal versuchen sollen Hätte vielleicht ein paar mehr Punkte rausgehaut Zack Hops Nicht runterlaufen Also das ist wirklich eines der unnötigsten Tode, die man kriegen kann Irgendwo runterlaufen Die Befehlsfunktion muss ich auch mal öfter nutzen Die wär vielleicht auch mal ganz praktisch gewesen Ja Ich glaub wir müssen uns ein bisschen ins Spiel reinfinden Ich glaub ich muss mir auch vielleicht doch mal das ein oder andere Video mal anschauen Jetzt hier würde ich sagen, für die erste Session Geht es noch einigermaßen Hier Camino haben wir auch relativ gut gehalten So, den Punkt können wir auch noch schnell einnehmen Ach so, wir müssen den erst klauen und dann können wir ihn einnehmen Ach so So, zack, dann haben wir bekommen den Punkt Okay, jetzt muss doch irgendwo einer sein Äh, bisher hätte ich noch gar keinen Ach so, wir haben gewonnen Die Karte fand ich jetzt aber einfacher als die Geonosis Karte Also definitiv war ja auch nicht so viel Rüdikas waren So, oh Gott Naja Und trotzdem gar nicht mal so schlecht Würde ich jetzt mal sagen Aufbau einer Langstrecken-Sensor-Station auf Renn-Waar-Dunken begonnen hat Ihn aufhalten wir müssen und diese Station für unsere Zwecke nutzen Gut, und die Bergkipfel-Verteidigung schauen wir uns erst in der nächsten Folge an Von daher, ich mach jetzt hier Schluss Ich muss mich echt mal informieren, wie man mit dem Spiel ein bisschen besser umgeht Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam Auch wenn wir ein paar Fails hatten Aber ich glaub, ihr seht sowieso lieber Fails als Erfolg Besonders bestimmte Zuschauer von mir Von daher, euch ab und mögen die Macht Weiter mit euch sein Tschau Die Folge Star Wars Battle von Classic ist damit leider schon vorbei Zur nächsten Folge kommst du, in die du jetzt oben links klickst Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst Dafür kannst du jetzt in die Mitte klicken Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit Und möge die Macht natürlich weiter mit euch sein Tschau